hallo mit diesem video wollen wir euch zeigen wie wir speichen felgen herstellen wir bieten die für alle motorräder an für alle marken und auch verschiedenste typen stellen wir speichen felgen individuell her die priorität dabei ist dass diese felgen plug and play eingebaut werden können im fahrzeug in diesem video haben wir eine c4550 von einem kunden angeliefert bekommen und anhand dieses bikes zeigen wir die ganzen schritte wie die speichen felgen hergestellt werden der ablauf um speichen felgen herstellen zu können ist folgender ihr nehmt ihr mit uns kontakt auf per e mail oder telefonisch dann werden wir wohl erst mal besprechen welches fahrzeug gehabt welche reifen breiten beziehungsweise dann resultieren daraus felgen breiten erfahren wollt und dann können wir schon festlegen schickt ihr uns die felgen selbst zu das heißt ihr baut die muster felgen die ihr jetzt in eurem fahrzeug habt selbst aus und schickt die uns per post zu oder er liefert euer komplettes fahrzeug bei uns an und wir bauen die dann aus und vermessen die felgen das sind zwei punkte die wir im vorfeld besprechen können wir haben dazu übrigens auch einen hol und bring service per spedition das heißt das fahrzeug wird bei euch abgeholt mit einer spedition wird zu uns geliefert wir bauen das komplett um machen dann auch die tüff abnahme schon drauf und liefern euch das wieder an also es gibt auch verschiedenste möglichkeiten die können wir im vorfeld eben per mail oder telefonisch festlegen also die c4550 aus dem video stellen wir jetzt auf unsere bühne und ein mitarbeiter von uns baut jetzt die räder hinten und vorne aus dann werden die reifen natürlich abgezogen und die bremsscheiben demontiert und auch der kettenrad träger wird demontiert wenn das passiert ist dann werden wir die räder vermessen die mittigkeit der radnaben in den rädern wird vermessen die lagersitze die breiten und so weiter damit anschließend wenn die speichen felgen hergestellt worden sind die bremsscheiben einfach wieder angeschraubt werden können und dann die felgen plug and play im fahrzeug wieder eingebaut werden wir haben also oft die möglichkeit dass wir gerade im hinterradbereich eine breitere felge einbauen können ohne dass man eine andere schwinge oder so verwenden muss das muss man durch im vorfeld raus messen ob die freigängigkeit gegeben ist aber hier zum beispiel bei der c4550 die hat original ein 140er hinterreifen da machen wir eine 1 zoll breitere felge drauf eine viereinhalb zoll felge nämlich und verbauen dann in 160er reifen ohne irgendwelche andere änderungen vornehmen zu müssen das geht bei vielen anderen fahrzeugen auch kann man dann im vorfeld auch besprechen so wenn sämtliche messungen durchgeführt worden sind dann werden diese maße genommen das wird eine cad zeichnung erstellt die wir natürlich zur fertigung brauchen bei der hinterradnarbe ganz wichtiger punkt wird der original kettenrad träger der das original fahrzeug hat den verwenden wir immer weiter hat natürlich große vorteile man kann das standard kettenblatt verwenden den original kettenrad träger mit druckdämpfer macht das ganze auch ein tic günstiger und vor allem auch wesentlich wartungsfreundlicher und haltbarer diese zeichnungen werden dann bei uns auch natürlich archiviert und wird dann ausgedruckt und dann geht es nachdem die zeichnungen erstellt sind zur fertigung wie ihr seht haben wir aluminium rundmaterialstangen am lager das ist ein hochfestes aluminium das hier verwendet wird die werden auf unserer säge dann auf maß abgesägt je nachdem wie lang die werden müssen wenn die teile abgesägt sind werden die zuerst auf der drehmaschine aufgespannt und dann nach zeichnung wird der rohling gedreht wenn die radnaben vorgedreht sind dann geht es ans cnc fräszentrum und da werden die radnaben gefräst sprich gebohrt und die taschen für die bremsscheiben beziehungsweise für den kettenradträger ausgefräst die werden auf einem drei backen futter aufgespannt werden dann exakt mit einer messuhr das zentrum vermessen das muss auch auf das hundert Millimeter genau zentrisch stehen und dann wird die erste eine seite quasi gefräst und gebohrt wenn die fertig ist wird die radnabe gedreht muss dann wieder ausgerichtet werden und dann wird eben auch die zweite seite gefräst und die radnabe ist als rohling dann erst mal fertig jetzt kommt es darauf an was hat der kunde gewählt für eine oberfläche theoretisch wäre es möglich die rohe radnabe jetzt weiter zu verarbeiten aber in der regel werden die radnaben jetzt noch oberflächen bearbeitet zum beispiel hochglanz poliert wie in unserem fall hier im video oder können natürlich pulverbeschichtet oder auch eloxiert werden da gibt es natürlich alle möglichen farben und vorgänge die da machbar sind da sind euren eigenen wünschen eigentlich keine grenzen gesetzt jetzt werdet ihr sehen dass wir die radnabe hier in unserem hause selbst polieren wir haben dafür hochleistungs polierböcke mit sisal scheiben und verschiedenen wachsen und da werden quasi die radnaben insbesondere hier diese alu radnaben hochglanz poliert gesäte hier im vorgang die hinterradnabe ist jetzt quasi komplett fertiggestellt und jetzt wird natürlich auch die passende vorderrad radnabe angefertigt und das verläuft nach exakt den gleichen vorgaben wie wir es gerade in der hinterradnabe erklärt haben hier noch da die bilder dazu wir stellen also die verschiedensten radnaben her verschiedene typen wir stellen radnaben her für ketten getriebene fahrzeuge übrigens aber auch für katan angetriebene fahrzeuge das ist zwar generell nicht immer möglich aber in den meisten fällen ist auch das möglich wir legen ganz besonderen wert darauf dass die besonders leicht sind dass wir möglichst nicht schwerer werden als die original guss felgen waren oder im bestfall natürlich dass die sogar noch leichter sind das ist in den meisten fällen kriegen wir das hin zwar nicht immer machbar aber wir versuchen auf jeden fall so viel material wie möglich aus den radnaben herauszudrehen damit wir ganz leicht sind der nächste arbeitsschritt ist nachdem die radnaben nun komplett fertiggestellt und hochglanz poliert sind das einpressen der radlager wir verwenden hier c3 kugel lager die haben ein erhöhtes lagerspiel und dadurch sind die verschleißärmer nach diesem vorgang ist die radnabe komplett fertig und kann zum einspeichen weitergegeben werden die fertigen radnaben vergeben wir zum einspeichen einen partner von uns in diesem fall ist es die firma ssc schneiderbange also die haben da so viel erfahrung ich glaube seit über 30 jahren ist für uns ein erster ansprechpartner und absolut zuverlässiger firma die für uns die sämtlichen einspeicharbeiten durchführt zuerst werden die felgenringe gebohrt da werden erstmal die speichen winkel ermittelt das heißt die haben dann die radnarbe vorliegen die rohlinge der felgenringe in verschiedensten variationen in dem fall hier haben wir bei der c4 eine 3,0 x 17 und eine 4,5 x 17 alu speichen felge verwendet beziehungsweise alu felgen ringe erst mal die werden hier eben gebohrt nach ermittlung der speichen winkel und anschließend werden die speichen angefertigt da müssen die hacken gebogen werden die müssen abgelenkt werden die gewinde werden aufgeschnitten und dann werden die eingespeicht und am ende nachdem diese teile hergestellt worden sind werden die werden die felgen dann quasi gespannt das heißt die speichen werden gespannt und dabei wird die felge genau zentriert nach messuhr das seht ihr hier in diesen arbeitsschritten wenn die firma ssc mit dem einspeichen fertig ist dann verpacken die die räder und schicken die auf dem postweg wieder an uns zurück und dann werden die felgen die fertigen felgen bei uns wieder eingebaut hier seht ihr jetzt eine vielzahl von verschiedensten speichen felgen die wir schon gemacht haben wir machen das auch schon seit 20 jahren haben hier einen kleinen auszug erstellt aber hier könnt ihr sehen dass es natürlich verschiedenste arten von felgen gibt erstens mal unterscheiden sich die speichen felgen in der art des materials es gibt also edelstahl speichen felgen oder es gibt alu speichen felgen die unterscheiden wir darin dass die felgenringe entweder eben aus aluminium oder aus edelstahl sind es gibt auch noch stahl felgen die wir aber in der generell selten verbauen wäre aber auch möglich falls da einer interesse hätte dann gibt es natürlich die unterschiedlichen größen wir verbauen speichen felgen von 1,75 mal 16 bis zu 10,5 mal 18 das sind die größten breiten für zb 300er reifen bei unseren speichen felgen werden übrigens generell schläuche verbaut das heißt es ist die einfachste möglichkeit eine speichen felge dicht zu bekommen zweite möglichkeit gäbe es noch wenn einer darauf besteht können wir das quasi mit einer speziellen silikondichtmasse abdichten damit eben die luft nicht durch die speichen bohrungen entweicht wir empfehlen es zwar nicht können es aber auch durchführen auf wunsch wie gesagt wird alles im vorfeld genau besprochen die ermittlung der möglichen breiten der reifen wenn ihr zb jetzt in dem fall diese c4 umbaut wo der kunde sagt ich soll das breitste hinterrad einbauen das in der original schwinge möglich ist das müssen wir natürlich am fahrzeug selbst vermessen sieht man eigentlich allein an der freigängigkeit in der schwinge das kann man relativ einfach vermessen aber da gibt es wie gesagt verschiedenste möglichkeiten oder für custom bike umbauten machen wir sehr häufig dann auch schwingen änderungen wo dann wesentlich breitere räder verbaut werden es gibt also so viele möglichkeiten die ich gar nicht aufzählen kann es ist quasi so gut wie alles möglich die fertigen speichen felgen können jetzt eingebaut werden ins fahrzeug das ist der letzte arbeitsschritt den wir jetzt noch durchführen müssen so wäre es dann auch wenn ihr bei uns felgen bestellt bekommt ihr die quasi per post geliefert dann schraubt ihr als erstes die bremscheiben wieder an und lasst die reifen aufziehen und wuchten und wenn diese arbeiten passiert sind dann könnt ihr die räder im fahrzeug einbauen das funktioniert wie gesagt herkömmlich plug and play es sind keinerlei weiteren änderungen notwendig und wenn alles gepasst hat was wir hier so ausgemessen haben was gott sei dank zu 99 prozent auch so ist dann könnt ihr die räder ohne probleme einbauen und das fahrzeug ist fertiggestellt unsere c4 ist fertiggestellt wir haben schon eine kurze probefahrt durchgeführt passt alles und als letzten schritt führen wir das fahrzeug jetzt noch beim tüff vor die tüff abnahme dieser speichen felgen erfolgt in der regel per einzel abnahme wir liefern natürlich auch entsprechend zu den speichen felgen gutachten mit bei den alu speichen felgen haben wir in der regel sogar spezifische gutachten das heißt also die gutachten sind speziell dann auch für das fahrzeug ausgestellt wie in dem fall für die c4550 steht dann im gutachten auch das fahrzeug mit der entsprechenden reifengröße drin bei den edelstahl felgen sind es in der regel festigkeits gutachten die tüff abnahme wird aber immer erfolgen wir sollte es vor ort probleme geben garantieren wir den tüff eintrag in jedem fall bei uns im hause also ihr geht insofern auf keinen fall risiko ein euch speichen fällen bei speichen felgen bauen zu lassen die ja vielleicht vor ort dann nicht eingetragen bekommt aus irgendwelchen gründen wir garantieren den tüff eintrag bei uns im hause auf jeden fall so 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 so